Zu Gast im Studio nun Aktam Suleiman, ehemaliger Al Jazeera, Korrespondent für Deutschland und gebürtiger Syrer. Also die Situation geht sich auch persönlich was an. Weg mit Assad oder nicht? Man hat irgendwie erkannt, man braucht einen Fehler vielleicht doch. Carrie meinte, ich habe immer gesagt, dass Assad gehen muss, aber es muss nicht an einem speziellen Tag oder Monat geschehen. Dies ist ein Prozess. Hat man sich jetzt vielleicht irgendwie doch überlegt, okay, so kann es nicht weitergehen? Ich weiß nicht, ob Herr Carrie so eine Aussage auch an seine Frau machen konnte. Muss eines Tages gehen, aber nicht jetzt. Das sind Diplomatenworte, die ungefähr heißen, wir bestehen nicht mehr darauf, dass Assad von Anfang an als Vorbedingung weggeht. Aber verpackt natürlich in eine sehr vorsichtige Sprache nach dem Motto. Nicht am Anfang. Er hat auch gesagt, nicht einen Tag danach, nicht einen Monat. Gut, dass er nicht gesagt hat, Jahrhundert danach. Er will eine neue Position darstellen, ohne sie neu zu nennen. Und da gefiel ihm wahrscheinlich diese Formulierung. Das heißt, das ist diplomatisches Hin und Her. In echt bedeutet das ganz klar, in erster Linie muss man jetzt Assad nicht mehr stürzen. Aber das würde doch komplett einen anderen Plan bedeuten, besonders den die US-Regierung jetzt hier in Syrien einnimmt. Na gut, die Aufgabe von den USA oder von anderen Staaten ist nicht, Assad zu stürzen. Assad oder jeder andere Präsident muss gewählt beziehungsweise abgewählt werden und zwar von den eigenen Bürgern, nicht von ausländischen Mächten. Aber ich denke schon hier, dass eine Entwicklung im Gange ist. Die USA wissen seit längerem, dass sie die Ziele, die sie verfolgt haben in Syrien in den letzten fünf Jahren nicht mehr realisierbar sind. Die Instrumente, die sie eingesetzt haben, sind viel zu groß und viel zu gefährlich auch für sie geworden. Sprich IS, Terrorgruppen, sogenannte Freie Syrische Armee, diese ganzen Geschichten. Alles ist vorbei. Aber jetzt zuzugeben, dann lassen wir den Status quo, wie es war, das ist natürlich viel schwer. Es ist auch nicht möglich, weil es hat sich auch im Lande vieles verändert durch den Krieg. Wir haben über 300.000 Tote, wir haben Millionen Flüchtlinge und so weiter. Jetzt versucht sich in Sachen Druckzieher mit Gesichtbewahrung. Heißt das, dass wenn Assad bleibt, versucht man dann ihn einfach wieder als Partner zu gewinnen? Funktioniert sowas überhaupt? Ich glaube nicht, dass es wirklich darum geht, Assad als Thema zu haben. Assad hat gedient in den letzten Jahren als Vorwand. Das ist der Diktator, das ist der Mörder, das ist der, der aus der Reihe tanzt und der muss weg. Aber eigentlich musste eine Regierung weg, eigentlich musste eine Haltung weg, eigentlich musste ein Land, musste ein Land von dem einen Lager zum anderen weg. Darum ging es und nicht um Assad. Hätte Assad spaßeshalber jetzt am nächsten Tag seinen Rücktritt erklärt, wäre die Problematik nicht gelöst, denn darum geht es nicht. Es gab schon Bedingungen, es gab schon Sachen, die verlangt wurden von Syrien. Weg vom Iran, in Sachen Gastransport von Katar nach Europa. Die Muslimbruderschaft, das Projekt der Muslimbruderschaft, das gescheitert ist durch die Haltung Syrien. Die Muslimbruders waren in Ägypten an der Macht, in Tunesien an der Macht, in Libyen halbwegs an der Macht. Und hätte es in Syrien geklappt, auch mit dem Muslimbruder, wäre die ganze Region mit einem neuen Staatshalter namens Muslimbruder. Das alles natürlich ist gescheitert und darum ging es und nicht jetzt um eine Person, so wichtig kann eine Person, auch ein Assad oder wie auch immer, niemals sein. Genauso würde ich sagen, die Kritik an Herrn Putin in Russland ist keine Kritik an seine Person, sondern die Kritik an eine Rolle, die ein Land einnimmt, das ist namens Russland. Die Rolle wird doch dann in Syrien weitergeführt mit Assad an der Spitze, also diese ganzen Interessen, die die US-Regierung dort durchsetzen wollte, egal wer jetzt an der Macht ist, wird doch dann weitergeführt. Sie werden ja jetzt nicht auf einmal ihre Position verändern, somit ist doch der Plan gescheitert. Die Amerikaner haben jetzt ihre Ziele nicht vergessen in Syrien, aber die sind realistisch genug zu sagen, das was nicht mehr realisierbar ist, nun müssen wir Auswege suchen. Und das fing ja halt halbwegs an mit Angriff auf IS-Stellungen mal, sprechen mit arabischen Partnern, bitte nicht so viele Terroristen, nicht alle bewaffneten, nicht die ganz radikalen Bewaffneten. Also man versucht ja hier und da schon einen Ausweg, aber sie haben recht, natürlich die amerikanische Außenpolitik befindet sich in der Region im Allgemeinen und in Syrien, in speziell in einer sehr großen Krise. Keiner erkennt mehr, was wollen die? Ist es wirklich so leichtsinnig und fahrlässig, wie sie das betreiben? Erstmal das instrumentalisieren, dann geht es doch nicht und dann die Türkei und dann geht es doch nicht. Man spricht von Sicherheitszonen und dann doch nicht, Flugverbotszonen und dann doch nicht. Ich glaube, die Amerikaner haben versucht, Druck auszuüben, um politische Zugeständnisse zu bekommen. Diese bekamen sie nicht. Der Preis war natürlich allerdings leider die Zerstörung des Landes. Sie haben schon Russland erwähnt, auch Putin. Wir können uns mal kurz anhören, was Putin zu seiner Beziehung zu Syrien aktuell gesagt hat. US-Flugzeuge führen einige Luftschläge durch. Bisher nicht sehr effektiv. Es ist vorschnell zu sagen, wir seien bereit, das Gleiche zu tun. Wir stellen Syrien jedoch schon echte Unterstützung zur Verfügung. Fahrzeuge, Ausbildung und Waffen. Wir haben größere Verträge mit Syrien, die vor fünf bis sieben Jahren unterschrieben wurden. Und wir halten unsere Verpflichtungen voll ein. So, ich muss Sie mal fragen. Ja, man weiß, Syrien und Russland sind Verbündete. Schon seit geraumer Zeit werden auch Waffen geliefert. Er meinte, seit fünf, sieben Jahren gibt es Verträge. Die Frage ist, wenn Russland Assad mit Waffen beliefert, die USA, die Moderate, was auch immer das sein mag, Opposition mit Waffen geliefert, dann sieht das ja so aus, als wäre das ein Stellvertreterkrieg. In einer seiner Facetten ist der Syrienkrieg ein natürlich Stellvertreterkrieg. Es gibt lokale Gegebenheiten und lokale Gegner, also innerhalb des Landes. Es gibt regionale, Iran, Saudi-Arabien. Es gibt natürlich internationale und das waren schon immer Russland und die USA. Das war aber nicht so sichtbar die ganzen Jahre. Man hat sich nicht so kindlich gemacht, weder von der einen noch von der anderen Seite. Und deswegen sprach man hier im Westen von Revolution und Prodemokratie und so weiter. Nur keiner konnte erklären, wo der IS dann herkommt und also der Islamische Staat und an der Nusra-Front, der Ableger von Al-Qaida. Russland hat sich auch ein bisschen bedeckt gehalten und hat auch Kanäle mit allen Beteiligten, lokal und regional, offen gehalten. Auch mit der syrischen Opposition, allerdings friedlichen oder die nicht bewaffnete. Und jetzt offensichtlich ist ein Punkt gekommen, wo jeder Farbe bekennen muss. Was Herr Putinka da gesagt hat, ist wirklich nichts Neues. Und es ist wirklich, hoffe ich täusche Sie nicht, zum Teil langweilig. Das weiß man natürlich. Aber dass er das sagt, in dieser Klarheit, das muss man jetzt primatisch übersetzen, heißt auch wieder mal übersetzt so viel wie, wir sind wirklich da und wir lassen nicht zu, was auch nicht uns passt. Sie spielen nicht alleine in Syrien. Die Anspielung auf diese Flugzeuge gegen diesen IS-islamischen Staat ist auch sehr wichtig. Seit über einem Jahr fast 10.000 Luftangriffe und diese IS-Leute vermehren sich wie Einzeller. Da will einer das wirklich erklärt bekommen. Und die Amerikaner spielen einfach mit diesem Phänomen. Das heißt, sie bekämpfen es. Das ist auf der anderen Seite richtig. Auf der anderen Seite nicht vehement genug. Und zweitens nicht ohne jetzt eigene Ziele zu verfolgen. Das heißt, an einer Front, wenn das willkommen ist, dann lässt man IS-Leute durch. Und an einer anderen Front, wenn das nicht willkommen ist, dann bombardiert man sie. Und so geschieht in Syrien in den Tag. Und jetzt sagt Russland, wir sind jetzt auch dabei und reden auch ein Wörtchen mit. Das ist alles, was Herr Putin gesagt hat. Es ist im Westen oder auch in Deutschland hört man dann so, welche Absichten verfolgt Russland hier. Man ist ein bisschen skeptisch. Wollen sie nun helfen? Irgendwie ist man erleichtert darüber. Weil Putin war schon mal als Diplomat sozusagen tätig, damals mit den Chemiewaffen in Syrien. Aber man ist skeptisch. Was wollen denn die Russen hier? Weil man eben noch dieses Misstrauen hat bezüglich Ukraine-Krise und so weiter und so fort. Aber könnte Russland die ganze Situation denn entspannen? Ja, das, was Sie vermerkt haben, ist richtig. Auf der einen Seite ist man glücklich darüber, auch wenn man das nicht zeigt. Auf der anderen Seite ist man doch traurig darüber, auch reell. Und diese Schizophrenie kommt aus dieser doppelseitigen oder doppelmoralischen Politik des Westens. Auf der einen Seite will man Assad, das Regime, die Regierung, Syrien wie in seiner jetzigen Politik loswerden. Und auf der anderen Seite hat auch der Westen kein Interesse daran, dass ein IS, ein neues Afghanistan oder sonst was ähnliche Somalien da entsteht, weil die Gefahr auch einen selber trifft. Insofern ist man natürlich froh, dass jemand, der Kanäle hat zur syrischen Führung, jemand, der ein internationaler Partner hätte von Anfang an sein sollen. Schon vor einem Jahr, als man IS angegriffen hätte, hätte man mit den Russen und Iranern, mit den Syrern und so weiter das koordinieren. Und jetzt kommt die Chance durch diese Aktion, dass man koordinieren muss. Und man tut so ein bisschen auf traurig, aber letztendlich ist man auch natürlich entlastet. Man würde aber schon versuchen, dass die Rolle Russland nicht allzu groß ist. Und nicht allzu positiv. Denn ansonsten ist das ganze Projekt gescheitert nach all dieser Arbeit. Sie können nicht vorstellen, wie viele Milliarden in diesem Krieg eingesteckt wurden von den Golfstaaten. Sie können sich nicht vorstellen, wie viele zigtausende Kämpfer über die Türkei nach Syrien gekommen sind. Darunter sind auch Tschetschenen und ähnliche Fremdnationen. Und nach all dem jetzt doch da enden, wo man angefangen hatte, dass Syrien letztendlich ein russisches Freundschaftsgebiet zumindest bleibt, tut auch weh. Kann ich verstehen. Tut weh. Vielen Dank, Herr Suleyman. Mehr Infos zu diesem Thema auf unserer Seite rtdeutsch.com.